Moin allerseits. Heute machen wir richtig geile Quesadillas. Habt ihr Bock drauf? Dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Für unsere Quesadillas braucht man natürlich ein paar Zutaten und die habe ich hier auf meinem Tisch liegen. Zu einem, mal ganz leicht angefangen, Schnittlauch. Kleingehackt, dann braucht man noch Rinderhack, saure Sahne, Peperonis, für ein bisschen Pfiff, grob gehackten Knoblauch, Salz und Pfeffer, Weizentortellias, die könnt ihr selber machen, könnt ihr auch kaufen, wenn ihr sie selber machen wollt, schaut mal in die Ecke, da verlinke ich euch das, wie man sie selber macht. Dann haben wir hier noch schön Mais, Tomatenwürfel, da haben wir einfach Tomaten gefüttelt, das Innenleben rausgenommen und die dann gewürfelt, auch schön grob. Dann haben wir hier noch eine Zwiebel oder zwei Zwiebeln, die haben wir gefüttelt und auch in Scheiben geschnitten, also schön Scheiben rein. Dann haben wir hier Käse und zwar haben wir Stevesa Classic Käse, schwer auszusprechen und auf der Seite haben wir einen Comtee Extra. Das ist ein französischer Hartkäse aus dem Jura. Warum der aus dem Jura kommt, weiß ich auch nicht, aber ist so. Und hier haben wir noch zwei Frühlingszwiebeln klein geschnitten. Und jetzt geht's ans Mischen und an Braten. Damit wir jetzt ein bisschen Platz auf dem Tisch kriegen, brauchen wir erstmal ein paar Zutaten in einer Schale drin, die wir einfach so zusammen mischen. Dann nehmen wir mal unsere saure Sahne hier. Die kommt einmal in eine Schale. Zack. Da gebe ich schon mal unseren Schnittlauch mit rein. Weil das werden wir einfach nur vermischen später. Dann beide Käse. Dann nehmen wir noch den Mais dazu. Und die Frühlingszwiebel, die kommt auch noch mit rein. Das sind jetzt soweit alle Zutaten, die in die Schale kommen. Das bestellen wir beiseite. Den Rest braten wir jetzt schön in der Pfanne an. So, die restlichen Zutaten. Da machen wir uns in eine Pfanne mal ein bisschen Öl rein. Dann geben wir unser Hackfleisch mit dazu. Das lassen wir jetzt richtig schön scharf anbraten. Nebenbei können die Peperonis mit rein. Die können nämlich auch mit anbraten. So, dann kommt schon mal der Knoblauch mit dazu. Zack. Dann die Zwiebel. So, dann würzen wir das Ganze einmal mit Salz und Pfeffer. Und geben dann unsere Tomate noch hinzu. Machen die Pfanne schon mal aus. Rühren das Ganze jetzt nochmal unter. Und stellen uns das beiseite. Wenn ihr euer Hackfleisch mit den ganzen Peperonis und Zwiebeln angebraten habt, dann gehen wir mal zu unserer Schale zurück. Denn die wollen wir jetzt auch noch vorbereiten. Da kommt auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Fällt uns die Mühle auseinander. Dann nehmen wir jetzt unser abgekühltes Hack. Das kommt auch alles schön da rein. Das rühren wir jetzt einmal schön unter. Wenn wir jetzt unsere Masse hier zusammengerührt haben, farblich sieht sie schon richtig geil aus, nehmen wir uns hier mal ein Löffelchen, geben das auf unser Tortierweizen. Aber nur die erste Hälfte. So. Geben nochmal extra ein bisschen Käse mit rüber. Und dann wird das nur zugeklappt. Es wird nicht gerollt, es wird nur zugeklappt. Und das Ganze kommt jetzt auf unseren Kontaktgrill. Einmal da rauf, Deckel rauf. Wenn ihr jetzt keinen Kontaktgrill habt, könnt ihr es natürlich auch einen ganz normalen Kugelgrill, auch einen Gasgrill, auch in der Smoker jetzt eher weniger, aber auch in der Pfanne. Könnt ihr sie einfach reinlegen. Von einer Seite goldbraun anbraten, umdrehen, nochmal goldbraun, sind sie auch fertig. Wir haben jetzt einen Kontaktgrill, damit machen wir es. Und jetzt seht ihr das Ergebnis. Jetzt habt ihr das Ergebnis gesehen. Jetzt wollen wir auch noch probieren. Ich habe es in ein paar Ecken ausgeschnitten und wir beißen mal rein. Flüssiger Käse. Sehr lecker, aber, jetzt kommt das Aber, der Käse ist zu fettig dafür. Der läuft wirklich extrem, also, wenn man schaut hier, also er zieht keine Fäden, der hat zu viel Fett in Trockenmasse, also der passt da nicht so zu. Müsst ihr mal einen anderen nehmen, vielleicht Mozzarella und Edammer oder so. Aber geschmacklich ist das total geil. Also, mir gefällt es. Schöne Schärfe drin. Salz, Pfeffer, alles gut. Wir haben es auch nachgewürzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber, das müsst ihr mal nachmachen. Lasst einen Daumen oben, lasst einen Kommentar da, ein Abo, wenn es noch nicht geschehen ist. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis daheim. Reingehauen. Bis daheim. Untertitelung des ZDF, 2020